was ist hier los niemand da die freiheit ist zum greifen nah da fallen leute runter was ist jetzt los okay warum war das klar dass das passiert das hier sieht nicht so nett aus hier ist blut überall ich weiß nicht ob ich das will was in hier sagte und ich schaffe es also für die kocher ich wurde gerade von der mischung zwischen mike tyson und rock gefunden ich habe das gefühl dass hulk gerade dieses haus hier einreißt weißt du da sind so zwei untote die gegen die tür hauen aber das ganze haus wackelt halt buchstäblich die hört nicht auf zu beten seit wann kämpfen zombies mit den fäusten ich mache ich kaputt der lebt noch jetzt nicht mehr ach du scheiße das spiel ist schon ziemlich brutal wo bist du denn warte mal handeln mal handeln ich will mal sehen wie das aussieht ich kann dir ein ding verkaufen mein gott ich in game du hast den hat oh mein gott jetzt wie macht man das aus online ist das bei mir auch sprach chat aus hallo hallo hey hey doch jetzt nicht mehr oder ja ist weg wie die aussehen alle tot ey was ist das denn hier ein besenstiel geh mal den an geh mal den an ich höre untote oh toge energy drink immer der ruf guck ihn dir an guck ihn dir an was gibt es denn hier konnte man nicht irgendwie in die ganzen häuser rein auch hier ist eine tür aber hier geht es nicht rein ich habe die andere köst wieder genommen weil maggie zu finden das hat immer so ewig lange gedauert und die hat man irgendwie nie gefunden ich glaube ich weiß noch wo die ist die war in diesem bungalows glaube ich ja attacke ah surrender sagt sie ragdoll ist nun mal die beste erfindung der welt na hat er vergessen was ist das denn das ist ted bundy egal jetzt müssen wir springen ja ja was machen die für randale attacke nein ich habe keine ausdauer mehr steh doch auf was ist denn los was ist das denn er kommt er kommt oh fuck stechen ab wo ist der hin hier geschehen dinge okay easy sechs nacht stoller nice elf flugzeug tja die werden spaß auf der insel haben was war das denn schnelle reise zu arena lobby ich weiß nicht ob wir das jetzt schon machen sollen ich glaube wir sollten noch nicht hier sein dann wieder zurück ähm wie kommt man wieder zurück ja wir müssen jetzt über funk kontaktieren wir müssen erstmal wieder zurückfinden der hätte nicht irgendwie aus dem fenster rauskrabbeln können nein abolizei alter oh mein gott äh geht los na es hat sich angehört als ob du dir in der toilette was gespritzt hast everybody back up europe we need help sagt er ähm also der sieht nicht so aus als ob man dem noch großartig helfen könnte hallo wow hallo 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 was passiert hier sitzt du drin? ne nicht mal schläge halt damit ja jetzt you weren't yes christ schwarf meine fresse da soll man nicht so rumheulen jetzt ich geh einfach ist mir egal das bräuchte alles ist für den Arsch soll auch rumheulen wenn er will der will von uns insulin haben ja das hab ich ihm gegeben grad aber dann frage ich mich was ist in diesen spritzen drin bäh guckte das mal an guck sie dir an wie sie umfallen die können nix bei mir gab es grad 3000 ep armwettingfeuer hier hast du deine verdammten lebensmittelkonserven das reicht nicht willst du mich verarschen der wollte nur drei haben ähm ähm es sieht sehr danach aus als ob die hinüber wären alle ja verdammt nochmal mhm oh alter verdammt du scheiße da oben auf dem regal liegt er der verrennt hat vor sich halt das bein steht hier noch das sind die losen dinger die ich da drauf geschmissen habe du hast mir grad die hälfte meines lebens abgezogen ich wollte es nur mal sagen also der kollege hier sieht nicht mehr so gut aus würde ich sagen das war ein double kill nice so hackt man heutzutage computer der hat hier 10.000 bildschirme ja aber die sieht wirklich immer nur ein und dasselbe bild die mich durch diesen panzer überhaupt hauen können guck mal der eine fährt mit da vorne guck mal der eine fährt mit da vorne aber keine munition so haben wir geholfen hä was ist denn naja gut Nikolai der rennt wie ein Gollum ach scheiße wie ein Affe ey ich glaube wir müssen ihn zu dem Bunker bringen wo wir gerade dran vorbeigelaufen sind ähm ups oh hi Nikolai mein Name ist Nikolai ach was hä was was war das denn Nikolai ist ein stranger Kerl das ist wie ähm Pimp My Ride bei Neue Edition oh ja schön fette Sequenz es gibt das gute ist der hat das so fett geupgradet aber man sieht halt überhaupt nichts mehr vorne er wartet schon ganz sehnsüchtig auf uns da drin hu oh fuck sieben der one and only Mugambe ha 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 wo guckt ihr hin ich glaube da geht's nicht so gut wo hängt's ins ver discovery sar esperando wer tr DOM das war das denn hä hä ach mit knarren lebt es sich so viel einfacher Fatal Error. Please restart your computer.